Ausgezeichnet! Überbrücken Sie den Reaktorkernschacht und platzieren Sie Sprengsätze an einer der Türen. Passen Sie auf, dass der Feind Sie nicht entschärft. Sprengsätze ist umschlagbar! Sprengsätze 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 Das war's für heute. Achtung! Unautorisierte Waffen entdeckt! Achtung! Unautorisierte Waffen entdeckt! Achtung! Hülle instabil! Reaktorkern betroffen! Evakuierungsprotokoll initiiert! Bitte über die Aufzüge zur Brücke begeben! Sie haben die Frachtrampe gestürmt. Umgehen Sie das Kraftfeld, platzieren Sie Sprengsätze an einer Tür und bewachen Sie sie, bis sie explodieren. Achtung! 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.